So, Hase, was machst du jetzt? Blaue. Häufig hat ein Gewicht, ne? Ja. Also, siehst du ein bisschen aus wie ein Abwacht im Schleifstein. Ja. Im Schleifelegen, im Schleifstein. Was mit dem Kabelgut aussieht. Was ist mit dem Kabelgut aussieht? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich muss ja besser gehen, zum Anheben, oder? Das ist so scheiße. Das ist so kufflosig hier. Das können wir alles gut machen, oder? Das ist so kufflosig. Das ist so kufflosig. Ja, da, da, das ist so kufflosig. Oh! Oh! Boah, da fliegt ja mal eins ins Auge, ey! Bin ich froh, oder was ist los hier? Kann ich sagen, ey! Was im Auto? Das fliegt am Ende. Wie kommen wir da raus? Ja, vielleicht verkauft er die Hütte doch? Ne, du rennt ja von dieser nicht über die Straße, oder? Das ist ein Arschverein, ey! Wir haben wohl die Hecken gepflanzt, weil du da hast den Garten gemacht, dass du da kommst, die alle in Ruhe eingeschießen, ne? Oh, mach mal was! Oh, irgendwie stimmt was nicht. Kannst du es nicht? Ich würde das tiefer machen, oder? Was tiefer? Was tiefer? Ne, ist schon gut. Nein, mit dem Halten hier stimmt was nicht. Keine Zeit, dass es andersrum muss. Ich glaube, es muss andersrum. Ich glaube nicht. Doch, hundertprozentig. Not für die Skinder. ebenso guckee. Das war's. 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 mal sehen woher die kommen wir steigen gerade ins auto, mal gucken, ob die für Nimmonschädlinge sind Wir sehen uns dann aus, oder? Ja? Wir sehen uns dann aus. Ja, wieso? Wir haben Kreiswesel. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ordentlich das Kabel wieder hinlegen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt hat man jede Laus auf deinem Kopf gesehen Untertitelung des ZDF, 2020